hallo da sind wir wieder mal ein paar monate später monate schon ja ist ein bisschen was her dass wir das letzte mal gespielt haben man kam einfach nicht mehr dazu sehr viel passiert was ist passiert keine ahnung ich will sie was sehr viele dinge sind passiert und das ding ist womit ist gerade nicht da weg und wir sind wieder allein allein aber klar ist das spiel weg aber wir haben immer noch bock auf das game zu ende spielen vielleicht auch noch mit der einen ich habe vergessen wie sie heißt aber die andere die andere wir sind ja hier die hoch wie wurde nur etwas aufgetragen dass wir irgendwas hier verpasst haben und zwar das hier und dass der usb-dongle den werdet wer zum teufel macht aus der polizei marke ein usb-stick wir hätten aber auch irgendwas richtiges verpasst ja das ist dann den hätten wir gebraucht für die mac für die auch war das was in der zelle da eingesperrt war genau und am vierten nämlich ein pc und ja da kommst du noch mal hinten da kommen wir noch mal kürzlich aber trotzdem meine platz ist wichtig wir haben jetzt hier dieses mittelgroße werkzwecke sehr wichtig um hier sachen freizuschalten nämlich wir haben doch noch ein paar stellen wo wir nicht rankommen zeigt mir unser inventar ich habe wirklich sogar das ist alles wir haben mit zehn bisschen noch einen schuss und hatten wir sehr für die shot kann ok einer nacht und hat dieses ding das brauchen wir halt um gewisse tür zu öffnen deswegen aber das war das mit der kanonisation ok genau so langsam kommt wieder wir müssen die kanonisation ich weiß nicht mehr wo wir da hinkommen irgendwo unten war also müssen wir noch mal runter in die tunnel und da sind dann irgendwo stellen wo wir dieses t-stück einsetzen kann aber ich glaube vielleicht schneiden wir vielleicht ein bisschen rum wir müssen nämlich uns erst eher erstmal zurechtfinden wir brauchen wieder einen überblick und wir brauchen vor allem diese figuren was mir gerade nebenbei aufgefallen ist da oben nicht dabei ist heißt es mehr grusel für uns wir haben wir müssen alles zu laufen wir haben uns verlaufen da hat er steht dann setzt man ein kann nicht viel passieren Prozent ich kann es wieder zu machen wenn du es zumachst und wegen Sicherheitskunden musst du nachher wegrennen die Kassel aneignet das ist viel über den Kurs ein oder ich glaube das ist das Ding in Großkommunikator mit dem Kind die Dauer zu geworfen das ist ein das kann ich auf den Ziel der heute kann es so ziehen und dann das war zumal auch bei anderen Charakteren das ist ein wichtiger Charakter der Tod hat noch eine ganz große Rolle das war ich habe gerade sein Sohn umgebracht oder so die hier Kürze sofort untersuchen wir jeden Schlüssel welche Schachtfiguren das ist so eine Falle guck doch du wirst du die Pflanze dann können sie speichern wie war das mit dem Speicher nochmal gehen das zu schön durch oder gehen das nur in Ordnung? das ging nur an diesen Einordnen kann man nicht irgendwie langsam gehen das hat mir doch schon mal guck das geht nicht ne das geht aber ich guck nochmal nach ab die Grafieanstellung Tastenbelegung, es gibt doch nichts mit Schleichen ne auf dem Schnellen warte schnell um den Warten was ist das? drückgleich mal cool was war das? was war das? he 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 wir nehmen einfach diese Pflanzen und auch wieder ab wuhu auflaufen ohne dass die gute Nein, 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 nein! Scheiß auf die Pflanze des... Der Teufel war das? Das brauche ich nicht! Das musst du schnell sein müssen! Es ist weg... Es ist weg. Es ist bestimmt nicht im Wasser, es ist weg. Ja, ok. Das wartet mal schnell umdrehen. Einfach nicht gesehen! Ha, ha? Einmal tschüss. Prozent es wird verletzt Komplettletzte diesmal aber das ist wichtig also langsam ich kann auch laufen aber darum könnte wieder die einsetzen ernsthaft ernsthaft und jetzt aber diesen schlüssel könnten doch bestimmt die körper gebrauchen bei ich glaube irgendwo braucht man schlüssel ich glaube das war genau dieser turmstecker war dass diese brücke die hoch und runter geht und da waren hier ein paar räume verschloss das hier wie kommen wir da noch mal hin wir sind jetzt wo ich glaube ich weiß wie da hin kommen wir müssen erstmal ein bisschen laufen wir brauchen Navigator Auto jetzt ist es so war so ein weiteres Jahr und da vielleicht muss ich das nur wenn du alkoholisiert bist ich weiß nur da lang lauf ich nicht das darf ich wieder machen denn die Verschallung würde da ist die rote Tüle müssen aber das ist ja nicht wenn wir sind sobald man einmal schieben muss wahrscheinlich schießen auf diese bei der Tat der der Tau ich würde gerne machen aber es ist nicht mehr der Schuss hier und dann noch mal neun Schuss hier wie ist es dazu gekommen was ist passiert das war alles um es sei für zweifel Zauber ich glaube ich kann da wieder hoch ist da verschlossen die Stadt aber mit der Stadt für die Aufmerksamkeit dann los geht's Was ist das? Hochweite Schießpulver. Oh, ich verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Weg, 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 weg. Lauf, lauf. Kann es da hoch? Ich weiß es nicht. Wir gehen andersrum. Super. Das ist doch riesen viel gerät. Ich will die... Speichern, ich will einfach nur speichern. Warte, ich muss die Scheiße nachverspielen. Ha, wir machen es ein bisschen länger. Mann. Feicher bitte. Ja. Ach ja, ich schreibe mich gegen das. Äh, ich grüß mal die letzte... 13 der 4. Oh, also... 13 der 4. und das letzte Mal gespielt. Wir haben, ich glaube... Warte, steht so... 15. Irgendwas mit 8. Ja, also... Das ist schon ein bisschen was her, ne? Monate. Da waren wir wieder. Ups. Ab überschrieben. Einfach mal gemacht. So. Ähm... Hä? Wie bin ich hier nochmal hingekommen? Hä? Ach, wir können doch nicht mal andersrum, oder was? Ach, wir sind unglaublich... Glaub ich... Wie sind wir nochmal in diesen Raum reingekommen? Ähm... Unter die Tür? Links? Ja, das... Nein, nein, nein. Ich meine, wir das erste Mal hier hingekommen sind. Wir sind ja hier, oder konnten wir hier weitergehen? Könnten wir... Ich glaube, wir sind von da aus gekommen. Von da aus? Nein. Nein. Geh nochmal auf die Karte jetzt? Hä? Geh mal raus auf die Karte. Geh mal raus auf die Karte. Nein, nein, nein. Doch, wir sind von da gekommen. Ja, gerade eben, aber ich meine, das erste Mal. Als wir da aufgetaucht haben. Jetzt war die Karte auch blau. An der Stelle, da waren wir schon. Ne, ich meine, wir sind irgendwie... Ich meine, wir sind irgendwie... Wir sind irgendwie hingekommen. Über da hinten. Über... Aufzucht, oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt. Das heißt, wir müssen gleich uns dem Monster stellen, ne? Ja. Ich. Ne, ich weiß ja nicht, wie ich soll es sonst weiter machen könnte. Ich habe ja sonst keinen anderen Weg. Sie ernsthaft. Wer wärme nur diesen einen Weg. Als anderes ist er verschlossen. Ja, super. Auf geht's. Es hat sich bewegt. Nein. Vielleicht ist es ja weg. Vielleicht kannst du nicht im Kampf besiegen, weil... Eine Granate. War mal hochwertig. Der hat eh gespeichert. Der hat eh gespeichert. Kannst du dir was machen? Ja, wir kämpfen erst mal und dann... Ganz hier mit dem Schießbuch, wann was machen? Bevor du jetzt anspringenst? Wir haben ja eh gespeichert. Wenn sterben, wird eh wieder da. Dann werden Moni machen müssen. Was war das? Was war das? Du machst immer noch ein paar Schritte, nach denen du offen hast zu gehen. Das bist du. Das irritiert mich auch die ganze Zeit. Wie kommt er auf? Wo ist der? Wo ist der? Jetzt wurde so ein Arm reingesprungen von dem Vieh. Ah. Sind wir jetzt eigentlich noch? Wo sind wir jetzt? Ähm, M? Hm, ich muss müssen. Okay, Arbeitsraumaufzug. Drei Schuss haben dazu. Das ist schon mal ein bisschen mehr. Kannst du den Aufzug aktivieren? Ja, ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Police! Freeze! Da bewegt sich bestimmt noch. Ja. Es wurde gerade was gespeichert, aber oben links von... Jetzt rote Hand. Film! Hakel! Findet das Ding genau an. Ich hab mir wie irgendwas zu verpassen. Ja! Endlich kann wieder schießen. Hey du. Lebst du noch? Hallo? Ja! Ha! Ja! Hochzeitplätze. Oh Gott, die Tasche! ich glaube, dass die hier war, glaube ich, in den Kast. Kannst du da was machen? Ja. Ich kann nur wieder runterfahren, das will ich ja wissen. Ja, und dann... Oh? Jetzt sagt er, der liegt. Mach die Tür einfach zu! Der kann die zu dir selber wieder zu. Ja. Ich glaube, der ist durch die Tür durch. Das war dieses... Ich war natürlich, der war dir auch nicht. Okay, ich dachte schon. Langsam, ne? Ja, ja, ich kann es nicht. Ich habe die einmal getroffen, zweimal. Dreimal. Ich habe die Tür drauf. Nein! Scheiße, geil, ich habe keinen Bock mehr. So, jetzt hier, benutzen. Juhu! Also, die kriegen ja die Tür nur auf, deswegen... ...der war weg. Ah, Pulver! Nix. Irgendwo ist da ein Typ drunter oder so, oder? Zehn Schuss, ey, ja mein Gott, es geht weiter. Wir sind wieder... Wir sind wieder flüssig. Ich frage es. Ich frage es. Schlitz! Das wäre, dass ich mir da auch keinen Falle. Äh, wir haben jetzt hier... ...erfmal alles. Das ist alles, ja. Nein. Nein, muss er nicht. Z, F... S. SZF. Umdrehen. So. Ist das alles? Ja, SZF. Kannst du es noch umdrehen irgendwie? Nee, das ist weg. Das ist einfach so ein Dokument, dass man scheinlich ist. SZF. Das ist auch schon passiert. Das ist auch passiert, oder? Mhm. Das ist der Boden zum Fixen. Wer denn jetzt? Oh, die Klaus. Mac-Money, die wir nie verwenden können, weil er die Mac verpasst haben. Das ist der Boden zum Fixen. Das ist da ärgert mich ein bisschen drum. Nein. Ist zu dunkel, ne? Es war gerade draußen. Haben wir ja schon, ja? Keine Ahnung. Nein. Ja, kann sein, dass wir von der anderen Seite schon mal da waren. Was ist das? W, 870. Pumpgun. Wie öffnet man das? Du hast den Schlüssel, probier's einfach. Nein. Verdammt. Äh, äh. Hä? Ist sonst noch irgendetwas dabei, Nina? Polizeimarke. Nein. Wo ist die Polizeimarke? Ich hab sie in der Kiste gelassen jetzt, weil ich dachte, das ist ja dieser... Äh. Das ist doch unfair. Das ist doch Mobbing. Polizeimarke. Ja, ich fahr doch jetzt nicht den Weg wieder zurück. Polizeimarke. Ja, vielleicht ist hier ne Kiste. Ich hoffe, da kommst du irgendwie danach hin. Ja, jetzt müssen wir ganz runter hier wieder. Ja, ist der Ort? Zeig mal nur die Karte. Ich muss ja wieder hin. Unter und Treppe. Okay, ich glaube, ich weiß, wie wir dann gleich hinkommen. Doch, da waren wir doch schon mal, glaube ich. Ja. Ich glaube, wir waren nur auf deiner Seite dann, oder? Ich weiß nicht. Mir kommt alles... Mir kommt alles... Mir kommt alles bekannt vor. Also, gleich vor. So ein Boden ist scheiße. Ist das nicht das da, wo diese... Wo die diesen Endkampf hatten gegen den... Nicht, diesen Zwischenkampf gegen den... ...einen großen Typen? Nee. Jetzt wird völlig raus. Sag mal den Park. Ja, doch. Doch, da waren wir doch schon mal. Ja, da waren wir schon. Äh, das war doch das... Aber hinter uns, ne? Das heißt, wir müssen wieder zurück. Du musst da... Nee, du musst da runter. Ah, nee. Du kommst ja gar nicht lang. Das ist einfach... Oder du kannst ja runterspringen und dann die Reiter benutzen. Das könnte auch sein. Stimmt, stimmt. Ja. Ja, hier waren wir schon. Naja, komm. Kommst ja nicht runter. Ja, an der Seite. An der Seite. Du kommst doch nicht runter. Nee, das geht schon nicht runter. Nee, nee, also schon klar, aber... Erzhaft. Aber... Vielleicht können wir auch wieder... ...die Polizeistation... Wenn, dann haben wir auch wieder die Meck... ...können Sie wegwiederholen. Okay, das war ein paar Wochenende... ...könst du mal spielen. Wir wollen die Pumpe. ...können. Nee, es war... ...das war ein anderer Woche... ...loh. ...wenn ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe... ...leicht ein paar Wochenende... ...nach kann man das hier... ...wie 1870. ...könst du das hier... ...das hier... ...das hier... ...was aber drauf... ...ja... ...ey... ...Git sie mir zum Fahrstuhl... ...laufen... ...jaja... ...vodobiss hier runter... fahrstuhlmusik fahrstuhlmusik sind wie deinem polizei ding das heißt wir können an die mackern wir nehmen jetzt erstmal das und dann... obwohl, oben war der Weg zu ja wir kommen ran wir holen jetzt die mack, ne? wir holen jetzt erstmal die Waffe unten und dann die mack komm ich hier speichern, speichern kann ich doch hier ok, warte, ich hol mir noch schnell die Waffe und dann holen wir sie mackern ja, die hab ich jetzt rausgenommen da mach ich jetzt eine so, raus geht's stell dir vor, jetzt hätten wir die du hättest den usb-dongle ausgefahren und du kriegst den aus dem Grund nicht da unten rein den musst du erst wieder einfahren, damit du ihn einsetzen kannst das wär, das wär ne abfuck stell dir sich vor, du kannst den einfach gar nicht mehr einfahren also, das ist einfach... du kannst, du musst dich entscheiden deswegen speichern wir grad, bevor wir... vom spiel wär, dass du zuerst die, äh, die mack holst und danach die Person einsetzt und da unten kriegst du den nicht mehr raus ja, deswegen hab ich jetzt gerade alles nur gespeichert das ist nicht ja halt das wär jetzt grad mega fack, wenn wir die gleich eingesetzt hätten krieg ich weiß, dann brauche da nicht run, boi, run 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 so yay es ist nur ne Verbesserung, oder? äh egal, es ist super wir nehmen alles ok ok für was? kannst du es kombinieren mit der da oben? ah, das ist für die mack wahrscheinlich ok sehr schön ok dann gehen wir jetzt hoch, äh, ich mach ein bisschen was rein und dann holst du dir die mack jup mack oh je 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 ok wie ein anderes einfach dran war aber ja, cool dann, ha tja Tami, hättest mir das noch nicht gesagt was war das? was war das? umdrehen hm hm haha kann man nix machen gut so, also das erstmal verstauen das erstmal verstauen den Schlüssel behalten wir erstmal, das verstauen den Film brauchen wir erstmal und hier haben wir unten so'n Ding, ne? künes Kraut ich könnte auch erstmal weg so ok ja, den Rest würde ich mitnehmen das heißt, kurz speichern und dort ist Mario dran oh nein der Umrenter wieder der der Großes Tod eigentlich sicher aber es gibt wahrscheinlich mehrere ja, der eine wurde getötet von der Wang aber so, äh, so memes gesehen, wo es zwei gehabt ja, das heißt, es könnte oben wie deiner sein ja, du hast ja ein bisschen Munition natürlich kannst du neu machen, wie viel habt das würde ich mal ganz wissen, wie viele wir haben äh, Hochwerkes Schießpulver haben wir einmal 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 Schießpulver nochmal hochwertiges und was ja zweimal, also zweimal hochwertig ergibt Mac zweimal einmal Schießpulver äh, gibt Pistolen-Munni und hochwertigen Schießpulver gibt Shotgun-Munni wenn du das sagst und Mac-Munni haben wir 13 Schuss wow ey richtig viel blaue Skott krass im Grund, Alter ok 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 das ist was dann Video Volker ich hoffe, wir haben Spaß ich hab keine Ahnung mehr, was da alles war ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020